So, jetzt muss ich mal auf meine goldene Liste schauen, was der Stricker Elias das Jahr so tut. Ob er wohl brav war, da hat es ja das ein oder andere gegeben letztes Jahr. Ja, wir freuen uns schon auf Weihnachten. Ja, ich bin ja auch Elias. Und weißt du was, in diesem Jahr kannst du dir ein Buch von mir wünschen. Ganz egal welches, ich weiss ja nicht was, also die Jungfränigkeit liest. Aber, mal schauen, liestest du überhaupt was ausgeholt von der Schule? Ja, sicher, Oma. Ja, nachher, gehst du mal schauen, wie war es mit dem Harry Potter, oder wie der Karst? Also, ja, dann kenne ich Schuhe. Aber weißt du, Oma, wenn mich Lottes erfragst, dann nehme ich mal ein Sprachbuch. Ja, ja, über die Moral lässt sich streiten. Aber gescheit ist schon, der Buch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020